So, wir sind jetzt hier am Orakelfelsen, der auch Cuxburgblick heißt. Da drüben ist die Cuxburg, die Überreste. Und das ist hier der Orakelfelsen. Hier seht ihr jetzt ein paar Spuren noch, Wurzen und so weiter. Hier ist die Bank. Es ist schon eine tolle Gegend, müsste ich irgendwie. So, ich mache mich jetzt weiter nach Hambauer Wappen und Großvaterfelsen, Großmutterfelsen und dann nach Blankenburg. Bis dann.